Wir begleiten einige unserer Mannschaften bei den Special Olympics Bayern in dieser Woche. Sie schlagen sich wacker. Wir sind jetzt gerade am RT-Gelände und hinter uns läuft der Boccia-Wettbewerb. Da sind zwei Mannschaften vom Pater-Rupert-Meyer-Zentrum mit dabei und sensationell. Beide Teams stehen im Finale und geben im Finale alles. Wir drücken jetzt natürlich die Daumen. Vollste Konzentration war gefordert für die Künstler des Pater-Rupert-Meyer-Zentrums. Wir schauen uns ein paar Szenen an. Und dann ging es weiter mit den Siegerehrungen. Zweiter Platz für das Pater-Rupert-Meyer-Zentrum. Glückwunsch! Und dann eine weitere Top-Platzierung für das Pater-Rupert-Meyer-Zentrum. Platz 1. Und so sehen die Sieger aus und die Zweitplatzierten vom Pater-Rupert-Meyer-Zentrum. Glückwunsch! Mit ihren beiden Paten Wolfgang Scholz und Dani Wild. Dankeschön! 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 Vielen Dank! Vielen Dank.